Der fliegende Koffer Es war einmal ein Kaufmann, der war so reich, daß er die ganze Straße und fast noch eine kleine Gasse dazu mit Silbergelb pflastern konnte. Aber das tat er nicht. Er wußte, sein Geld anders anzuwenden. Gab er einen Schilling aus, so bekam er einen Thaler wieder, ein so guter Kaufmann war er, bis er starb. Der Sohn bekam nun all dieses Geld, lebte lustig, ging jede Nacht zur Maskerade, machte Papierdrachen aus Thalerscheinen und warf Fitschen auf der See mit Goldstücken, anstatt mit Steinen. Auf diese Weise konnte das Geld schon zu Ende gehen, und das tat es auch. Zuletzt besaß er nicht mehr als vier Schillinge und hatte keinen anderen Kleider als ein paar Pantoffeln und einen alten Schlafrock. Nun kümmerten sich seine Freunde nicht mehr um ihn, da sie ja nicht zusammen auf die Straße gehen konnten, aber einer von ihnen, der gutmütig war, sandte ihm einen alten Koffer mit der Bemerkung »Packe ein«. Ja, das war nun recht schön, aber er hatte nichts einzupacken. Darum setzte er sich selbst in den Koffer. Das war ein merkwürdiger Koffer. Sobald man an das Schloß drückte, konnte der Koffer fliegen. Er drückte und, wipps, flog er mit ihm durch den Schornstein hoch über die Wolken hinauf, weiter und weiter fort. So oft aber der Boden ein wenig knackte, war er gar sehr in Angst, daß der Koffer in Stücke gehen könne. Als dann hätte er einen tüchtigen Purzelbaum gemacht. Gott bewahre uns! Auf solche Weise kam er nach dem Lande der Türken. Den Koffer verbarg er im Walde unter den dürren Blättern und ging dann in die Stadt hinein. Das konnte er auch gut, denn bei den Türken gingen ihr alle so wie er, im Schlafrock und Pantoffeln. Da begegnete er einer Amme mit einem kleinen Kinde. »Hör, du Türkenamme«, sagte er, »was ist das für ein großes Schild, hier dicht bei der Stadt, wo die Fenster so hoch oben sind?« »Da wohnt die Tochter des Sultans«, erwiderte sie, »es ist prophezeit, daß sie über einen Geliebten sehr unglücklich werden würde, und deshalb darf niemand zu ihr kommen, wenn nicht der Sultan und die Sultanin dabei sind.« »Ich danke«, sagte der Kaufmannssohn, und ging hinaus in den Wald, setzte sich in seinen Koffer, flog auf das Dach und kroch durch das Fenster zur Prinzessin hinein. Sie lag auf dem Sofa und schlief. Sie war so schön, daß der Kaufmannssohn sie küssen mußte. Da erwachte sie und erschrak gewaltig. Aber er sagte, er sei der Türkengott, der durch die Luft zu ihr herabgekommen wäre, und das gefiel ihr. Sie setzten sich nebeneinander, und er erzählte ihr Geschichtchen von ihren Augen. Das wären die herrlichsten dunklen Seen, da schwemmen die Gedanken gleich mehr Weibchen drin. Und er erzählte ihr von ihrer Stirn, die wäre ein Schneeberg mit den prächtigsten Sälen und Bildern. Ja, das waren schöne Geschichten. Dann freierte er um die Prinzessin, und sie sagte gleich »Ja«. »Aber Sie müßten den Sonnabend herkommen«, sagte sie, »da sind der Sultan und die Sultanin bei mir zum Tee. Sie werden sehr stolz darauf sein, daß ich einen Türkengott bekomme. Aber sehen Sie zu, daß Sie ein recht hübsches Märchen wissen, denn das lieben meine Eltern sind außerordentlich. Meine Mutter will es moralisch und vornehmen, und meinen Vater belustigend haben, so daß man lachen kann. « »Ja, ich bringe keine andere Morgengabe als ein Märchen«, sagte er, und so schieden sie. Aber die Prinzessin gab ihm einen Säbel, der war mit Goldstücken besetzt, die konnte er gebrauchen. Nun flog er fort, kaufte sich einen neuen Schlafrock und saß dann draußen im Walde und dichtete ein Märchen. »Das sollte bis zum Sonnabend fertig sein, und das ist doch nicht leicht.« Als er damit fertig wurde, war es Sonnabend. Der Sultan, die Sultanin und der ganze Hof waren zum Tee bei der Prinzessin. Er wurde sehr gnädig empfangen. »Wollen Sie uns ein Märchen erzählen?«, sagte die Sultanin, »eins, das tiefsinnig und belehrend ist.« »Aber worüber man doch lachen kann,« sagte der Sultan. »Jawohl«, erwiderte er und erzählte. Und nun gut aufgepaßt. Es war einmal ein Bund Schwefelhölzchen, die waren sehr stolz auf ihre hohe Herkunft. Ihr Stammbaum, das heißt die große Fichte, von der jedes von ihnen ein kleines Hölzchen war, hatte als großer, alter Baum im Walde gestanden. Die Schwefelhölzchen lagen nun in der Mitte zwischen einem Feuerzeuge und einem alten, eisernen Topfe, und diese erzählten von ihrer Jugend. »Ja, als wir auf den grünen Zweigen waren,« sagten sie, »da waren wir wirklich auf den grünen Zweigen. Jeden Morgen und Abend gab es Diamanttee, das war der Tau, und den ganzen Tag hatten wir Sonnenschein, wenn die Sonne schien, und die kleinen Vögel mußten Geschichten erzählen. Wir konnten wohl merken, daß wir auch reich waren, denn die Laubbäume waren nur im Sommer begleitet, aber unsere Familie hatte Mittel zu grünen Kleidern, sowohl im Sommer wie im Winter. Doch dann erkam der Holzhauer, das war die große Revolution, und unsere Familie wurde zersplittert. Der Stammherr erhielt eine Stelle als Hauptmost auf einem prächtigen Schiffe, welches die Welt umsegeln konnte, wenn es wollte. Die anderen Zweige kamen nach anderen Orten, und wir haben nun das Amt, der niedrigen Menge das Licht anzuzünden, deshalb sind wir vornehme Leute hierher in die Küche gekommen. »Mein Schicksal gestaltete sich auf eine andere Weise,« sagte der eiserne Topf, neben welchem die Schwefelhölzchen lagen. »Von Anfang an, seit ich in die Welt kam, ist in mir viele Male gescheuert und viele Male gekocht. Ich sorge für das Solide und bin der Erste hier im Hause. Meine einzige Freude ist, nach Tisch recht rein und nett an meinem Platze zu liegen und ein vernünftiges Gespräch mit meinen Kameraden zu führen. Doch wenn ich den Wassereimer ausnehme, der hin und wieder einmal in den Hof hinunterkommt, so leben wir immer innerhalb unserer vier Wände. Unser einziger Neuigkeitsbote ist der Marktkorb, aber der spricht sehr unruhig über die Regierung und das Volk. Ja, neulich war da ein alter Topf, der vor Schreck darüber niederfiel und in den Stücke zersprang. Der ist liberal, sage ich Euch. Nun sprichst Du zu viel, fiel das Feuer ein, und der Stahl schlug gegen den Feuerstein, daß er sprühte. Wollen wir uns nicht einen lustigen Abend machen? Ja, laßt uns davon sprechen, wer der Vornehmste ist, sagten die Schwefelhölzchen. Nein, ich liebe es nicht, von mir selbst zu reden, wendete der Topf ein. Laß uns eine Abendunterhaltung veranstalten. Ich will anfangen und eine Geschichte aus dem Leben, so etwas, was jeder erlebt hat, erzählen, da kann man sich leicht hineinversetzen und hat auch Freude daran. An der Ostsee bei den dänischen Buchen, das ist ein hübscher Anfang, sagten alle Teller. Das wird eine Geschichte werden, die uns gefällt. Ja, da verlebte ich meine Jugend bei einer stillen Familie. Die Möbel wurden gebohnt, der Fußboden gescheuert, und alle vierzehn Tage wurden reine Gardinen aufgehängt. »Wie Sie doch so interessant erzählen, sagte der Kehrbesen. Man kann gleich hören, daß ein Mann erzählt, der viel mit Frauen in Berührung gekommen ist. Es geht zu etwas Reines hindurch. Ja, das fühlt man, sagte der Wassereimer und machte vor Freuden einen kleinen Sprung, so daß es auf den Fußboden platschte. Und der Topf fuhr fort zu erzählen, und das Ende war ebenso gut wie der Anfang. Alle Teller klapperten vor Freude, und der Kehrbesen zog grüne Petersilie aus dem Sandloche und begrenzte den Topf, denn er wußte, daß es die anderen ärgern würde. Begrenze ich ihn heute, dachte er, so begrenzt er mich morgen. »Nun will ich tanzen, sagte die Feuerzange und tanzte. Gott bewahre uns, wie konnte sie das eine Bein in die Höhe strecken!« Der alte Stuhlüberzug dort im Winkel platzte, als er es sah. »Werde ich nun auch begrenzt?« fragte die Feuerzange, und sie wurde es. »Das ist doch nur Pöbel«, dachten die Schwefelhölzchen. Nun sollte die Teemaschine singen, aber die sagte, sie habe sich erkältet, sie könne nicht singen, wenn es nicht in ihr koche. Allein das war bloß vornehm Tuerei, sie wollte nicht singen, wenn sie nicht drinnen bei der Herrschaft auf dem Tische stand. Im Fenster stag eine alte Gänsefeder, mit der das Mädchen zu schreiben pflegte. Es war nichts Bemerkenswertes an ihr, außer daß sie gar zu tief in die Tinte eingetaucht worden war. Aber darauf war sie stolz. »Will die Teemaschine nicht singen«, sagte sie, »so kann sie es bleiben lassen. Draußen hängt eine Nachtigall im Käfig. Die kann singen, die hat zwar nichts gelernt, aber das wollen wir diesen Abend dahingestellt sein lassen. »Ich finde es höchst unpassend«, sagte der Teekessel. Er war Küchensänger und Halbbruder der Teemaschine, daß ein solcher fremder Vogel gehört werden soll. Ist das patriotisch? Der Marktkorb mag darüber entscheiden. »Ich ärgere mich nur«, sagte der Marktkorb. »Ich ärgere mich innerlich so sehr, wie niemand es sich denken kann. Ist das eine passende Art, den Abend zuzubringen? Würde es nicht vernünftiger sein, das Haus zurechtzusetzen? Ein jeder müßte auf seinen Platz kommen, und ich würde das Spiel leiten. Das würde etwas anderes werden. « »Ja, laßt uns Spektakel machen«, sagten alle. Da ging die Türe auf. Das Dienstmädchen kam, da standen sie still. Keiner muckste. Aber da war nicht ein einziger Topf, der nicht gewußt hatte, was er zu tun vermöge und wie vornehm er sei. Ja, wenn ich gewollt hätte, dachte jeder, so hätte es ein recht lustiger Abend werden sollen. Das Dienstmädchen nahm die Schwefelhölzchen und machte Feuer damit an. »Gott bewahre uns, wie die Sprühten und in Flammen gerieten.« »Nun kann doch jeder sehen«, dachten sie, »daß wir die Ersten sind. Welchen Glanz haben wir? Welches Licht?« Und damit waren sie verbrannt. »Das war ein herrliches Märchen«, sagte die Sultanin. »Ich fühle mich ganz und gar in die Küche versetzt zu den Schwefelhölzchen. Ja, nun sollst du unsere Tochter haben.« »Jawohl«, sagte der Sultan, »du sollst unsere Tochter den Montag haben, denn nun sagten sie »du« zu ihm, da er zur Familie gehören sollte.« Die Hochzeit wurde bestimmt und am Abend vorher die ganze Stadt illuminiert. Zwieback und Brätzeln wurden unter das Volk geworfen. Die Straßenbuben standen auf den Zehen, riefen Hurra und pfiffen auf den Fingern. Es war außerordentlich prachtvoll. »Ja, ich werde wohl auch etwas zum Besten geben müssen«, dachte der Kaufmannssohn, und so kaufte er Raketen, Knallerbsen und alles Feuerwerk, was man sich nur erdenken kann, legte es in seinen Koffer und flog damit in die Luft. »Mrutsch! Wie das ging und wie das pufte!« Alle Türken hüpften dabei in die Höhe, daß ihnen die Pantoffeln um die Ohren flogen. Eine solche Lufterscheinung hatten sie noch nie gesehen. Nun konnten sie begreifen, daß es der Türkengott selbst war, der die Prinzessin haben sollte. Sobald der Kaufmannssohn wieder mit seinem Koffer herunter in den Wald kam, dachte er, »ich will doch in die Stadt hineingehen, um zu erfahren, wie es sich ausgenommen hat.« Und es war natürlich, daß er dazu Lust hatte. »Nein, was doch die Leute erzählten! Ein jeder, den er danach fragte, hat es auf seine Weise gesehen, aber schön hatten es alle gefunden. »Ich sah den Türkengott selbst,« sagte der eine, »er hatte Augen wie glänzende Sterne und einen Bart wie schäumende Wasser.« »Er flog in einem Feuermantel,« sagte ein anderer, »die lieblichsten Engelskinder blickten aus den Falten hervor.« »Ja, das waren herrliche Sachen, die er hörte, und am folgenden Tage sollte er Hochzeit machen.« Nun ging er in den Wald zurück, um sich in seinen Koffer zu setzen. Aber wo war der geblieben? Der Koffer war verbrannt. Ein Funken des Feuerwerks war zurückgeblieben, der hatte Feuer gefangen, und der Koffer lag in Asche. Er konnte nicht mehr fliegen, nicht mehr zu seiner Braut gelangen. Sie stand den ganzen Tag auf dem Dache und wartete. Sie wartet wahrscheinlich noch. Er aber durchwandert die Welt und erzählt Märchen. Doch sind sie nicht mehr so lustig wie das, welches er von den Schwefelhölzchen erzählte.